Da steht ein, ey, da steht ein, da fährt ein, links, rechts, 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 sorry. Wortmick, Wortmick, genau, der Name fiel mir nicht ein. Ja. Was für ein Ausstieg. Komm, 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 komm. Was? Ejector oder was? An sich musste ich rauskommen. Warte, wenn er mich nicht nochmal rannt. Komm, fahr. Das wird ein Rennen jetzt. Muss das sein. Oh. Boah. Okay, ACV, vergessen wir mal, der ist irgendwie auch nicht mehr da. Fah, wie, hier rechts? Äh, Staroy, äh, Pupelo, Fahre, hier, ne? Durch Pupelo, okay. Ja. Oh, der, hey. Du kannst die Schilder auswendig. Ah. Natürlich, du kannst das. Oh, dein Wort, ne, kommt. Da kommt ein Wort, ja. Oh, fuck. Da kommt er recht hoch, ey. Scheiße. Okay. Sollen wir anhalten und den erschießen? Nein. Ich meine. Der Somba? Ja. Fahre. Machen wir. Ich weiß nicht. Wenn's nicht, oh, fuck. Steck rein, steck rein, steck rein. Kriegen wir nicht hin. Ich bin tot. Der hat dich voll erwischt. Ich hab die 30 Gold im Rucksack. Okay. Steck rein. Steck rein. Ich kann, ich kann nicht. Ah. Jetzt ist er schraut, oder? Ne. Ich hab noch. Steck rein. Steck rein. Wer ist denn da noch draußen? Wer knallt denn mit Narzis? Ihr fahrt einfach. Ich schieße einen Reifen an. Hier, wo sitzt du jetzt mal wieder? Aber ey, luke ich mal eine Reifen hier, ne? Ja, deswegen bin ich auch noch da. Mir fehlt jetzt ein Reifen. Ja? Das heißt, er steht da jetzt auch, ne? Der ist weitergefahren. Dann können die keine Reifen fehlen. Bei mir, ja, wahrscheinlich ist es, ah, fuck, ja, ja, egal. Der hat wahrscheinlich noch einen Reifen. Weißt du, wenn er auf Distanz ist, dann werden die nicht angezeigt. Okay, ich schenke die ein. Oh, Leute, ich bin zu fahren. Er kommt. Ne, okay. Ne, wo bist du? Können wir fahren, Achtung. Er kommt wieder, er kommt wieder. Oh, fuck, ey, Alter. Ach so, du bist gar nicht drin. Das ist der Mum. Oh, fuck. Ja, das ist schlecht. Ja, das war's. Er hätte nicht aussteigen sollen. Ich bin hinten mal eben drin jetzt. Ich hab dich. Was, du bist hinten bei ihm drin? Mal gucken, wo er mich hinführt. Ja, der lootet mal Dami an. Ich guck mal was. Nicht, mach du mal. Was? Ich loote, ja. Ja, mach du, loote, du mal. Loot so viel, wie es geht, bitte. Ganz wichtig sind die 30 Gold. Ja, der dreht wieder, der dreht wieder, dreht wieder. Da sitzen noch zwei drin, ne? Übrigens. Oh, okay. Weiß er, dass du drin bist? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht gefragt. Ich, ich, ich. Ich werde beschossen. Ach, nee. Ich sitze neben ihm. Rengi hat mich getötet. Ach, scheiße. Wo? War dann einer draußen draußen? Oh, Mick zu Damjans Leichte. Fuck, Mann. 51 Meter zu Damjans Leichte. Fuck. Du sitzt einfach neben ihm. Der Hammpferd. Granate. Oh, fuck. Die ging daneben. Ja, ich glaub, der sieht sich. Dreht um, dreht um. Okay, oh, 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 den Sprengi krieg ich damit. Ah, ich hab ihn gehettet. Hä, der steht gerade. Der, du wurdest getötet? Ja, ich hab, ich hab aber Sprengi gerade noch gehettet. Mit der Granate. Joa, ich sitze jetzt neben ihm hier. Dann versuch mal mit ihm zu reden. Guck mal, was in dem Parkzeit drin ist. FNFile, Nightwishen, M24, M24, M4A1, Raketenwerfer. Was? Ja, okay. Er hat seinen eigenen, äh, Dings in die Luft gejagt und dadurch bin ich jetzt durch die Explosion und bin ich gestorben.